Der Kunde ist König. Im Haarstudio Trendsetter in Hainfels ist dies keine leere Floskel. Sie und Ihre Wünsche haben höchste Priorität. Friseurmeisterin Agnes Hofer und Ihr Team garantieren Ihnen dank der jahrelangen Erfahrung eine individuelle Umsetzung Ihrer Wunschfrisur und verwenden dafür nur hochwertige Produkte. Der Osttiroler Betrieb bietet neben den typischen Leistungen wie Waschen, Schneiden und Färben auch Haarverlängerungen sowie Braut- und Ballfrisuren an. Zusätzlich können Sie sich Ihre Wimpern färben, die Augenbrauen harzen und schminken lassen. Für Stammkunden gibt es ein besonderes Zuckerl. Das Schneiden der Stirnfransen ist für Sie kostenlos. Ein weiteres Markenzeichen des Haarstudios ist die angenehme Atmosphäre, in die Sie bei Ihrem Besuch bei Agnes Hofer eintauchen. Durch die gemütliche Kaffeebar und die großzügige Platzgestaltung wird der Friseursalon zur Wohlfühloase. Entfliehen Sie dem Alltag und genießen Sie den Rundum-Service des Haarstudios Trendsetter.